Nach den Antisemitismus-Vorwürfen von Gil Ofarin solidarisierten sich nun hunderte Leipziger mit dem jüdischen Musiker. Sie versammelten sich vor dem Westin Hotel, um ihre Unterstützung zu bekunden. Der 39-Jährige hat ja angegeben, dass er beim Check-in aufgefordert wurde, seine Kette mit dem Davidstern abzulegen. Sonst bekäme er kein Zimmer. Das Hotel soll die betreffenden Mitarbeiter inzwischen beurlaubt haben. Perdita Heise berichtet. Kein Platz für Hass. Mehrere hundert Menschen sind am Abend vor das Westin Hotel in Leipzig gezogen, um ihre Solidarität zu bekunden mit Gil Ofarin. Der Antisemitismus, den der jüdische Musiker aus dem Hotel schildert, hat die Menschen aufgewühlt. Also ich war irgendwo zwischen empört, entsetzt und unheimlich beschämt. Wütend, weil es in der Form natürlich nicht überrascht, aber immer wieder die Emotionen doch sehr hochkochen lässt. Und ich bin froh, dass so viele Leute so spontan hier zusammengekommen sind, um friedlich Schnauze zu zeigen. Unter den Demonstranten auch Mitarbeiter des Hotels, die mit diesem Banner Flagge zeigen wollen. Denn zwei ihrer Kollegen wollten Gil Ofarin offenbar aufgrund seiner Religion nicht bedienen. In einem Video schildert der 39-jährige Sänger sichtlich bewegt, was ihm hier an der Rezeption in der Schlange der wartenden Gäste widerfahren ist. Eine Person nach der anderen wird vorgezogen und ich verstehe nicht warum. Und da ruft irgendeiner aus der Ecke, packt einen Stern ein. Und dann sagt der Herr B., packen Sie Ihren Stern ein. Und dann sagt er, wenn ich die jetzt einpacke, darf ich einchecken. Wirklich? Aus dem Hotel heißt es inzwischen, man nehme die Angelegenheit extrem ernst. Nach Angaben der Bild-Zeitung wurden die beiden Mitarbeiter beurlaubt. Der Zentralrat der Juden in Deutschland schreibt auf Twitter, Die antisemitische Anfeindung gegen Gil Ofarin ist erschreckend. Und CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak postet, Steh auf gegen Antisemitismus und Judenhass. Solidarität mit Gil Ofarin. Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Johannes Vogel beschreibt den Vorgang als ungeheuerlich und unerträglich und ergänzt. Was das bei Jüdinnen und Juden auslöst, kann ich mir nur schwer vorstellen. Gil Ofarin, Sohn des in Israel geborenen Sängers Abi Ofarin, hat sich als deutscher Rocksänger, Schauspieler und Moderator einen Namen gemacht, war zu Dreharbeiten in Leipzig. Und die Angelegenheit in Leipzig.